Was muss ich denn da sehen? Oh! Kampfkunstturniertutorial Leitfaden für Kampfkunstturnier Am ersten Tag des Kampfkunstturniers findet die Vorauswahlrunde statt. Vier Sieger steigen in die nächste Runde auf. Am zweiten Tag finden Halbfinale und Finale statt. In der Vorauswahlrunde und im Halbfinale steigt man auf, wenn man 2 von 3 Kämpfen gewinnt. Im Finale sind es 3 von 5. Mal licht das nachher noch weiser, oder? Wenn die Zeit im Match abläuft, scheiden Spieler mit 0 oder weniger Gesundheit aus. Teilnehmer müssen in den Ring steigen, um nicht disqualifiziert zu werden. Vor jedem Match kannst du auf den Sieger tippen. Tippst du richtig, werden dir deine Belohnungen nach jedem Match zugeschickt. Teilnahmebelohnungen werden nach deinem letzten Match zugeschickt. Hinweis, bitte überprüfe während des Turniers die Match-Info. Vor den Matches kannst du raten, wer gewinnt. Tippe auf den Sieger, indem du auf ein Porträt klickst. Du kannst auch dich selbst wählen. Der Siegende Bürger. Wenn eine Runde entschieden wurde, kannst du auf den Sieger der nächsten Runde tippen. Okay. Mal gucken, ob ich das roll. Ich darf da nicht rein. Das sind wieder so komische Dingsbums-Abzeichen geordnet. Ne, das sind andere Abzeichen, oder? Carol vs. Quiva. Ich kann ja gar nicht tippen. Echt jetzt? 14.30 Uhr bin ich dran. Der tippe auf den Sieger. Ich kann doch gar nicht. Ich kann ja gar nicht. Also so. Carol vs. Quiva. Hm. Jetzt stehe ich hier bis 14.30 Uhr rum, oder was? Carol ist weiter. Carol ist weiter. Oh, hallo, Emily. Ich liebe Omas Bauernhof. Er ist so voller Leben. Ich kann mich nicht, ich kann mich den ganzen Tag um die Pflanzen kümmern und mit den Tieren spielen. Guck mal, ich hab da was für dich. Ich hoffe mal, der schenkt nur eine. Ah, eine. Oh, nur plus zwei. Wer Blumenstrauß hat mehr gebraucht. Hallo, Sonja. Ich empfehle unseren Kunden gerne in jeder Jahreszeit verschiedene Gerichte. Aber es ist auch toll, einfach das zu essen, was man möchte, nicht wahr? Ja. So, weiter. Darf nicht. Na, was ist da jetzt los? Die Gerle, eine Frage. Wo kann ich die Handschwerkerstufe sehen? Kann ich dir gerade nicht zeigen. Du hast, wenn du Handwerker bist, hast du so eine Urkunde bekommen. Ich hab die bei mir zum Beispiel aufgehängt und da kann man die sehen. Oder ich glaube in der Handelsgilde, da weiß ich jetzt aber nicht. Sag mal, was ist denn da jetzt? Ah, jetzt sag ich es weiter. Genau, und bei der Urkunde, wenn du die aufgehängt hast, wenn du die ganz genau hinguckst, dann müsstest du es sehen. Ansonsten, den ersten Monat bist du noch nicht bewertet, glaub. Du kannst die Spielanteilung bei der Trommel neben mir einsehen. Ich will keine Spielein-ein-ein-ein-ein-ding sehen. Ich will das hier mal hinermachen. Ich kann hier bei jedem. Ich sag hier, Sonja gewinnt. Ah, man kann hier bei jedem. Wo nicht im Gange sind. So, können sie die jetzt mal fighten? Loll. Jango ist disqualifiziert. Ich komm da noch nicht rein. Das Werkstatt Level C. Ich glaube, ich auch, ja. So, jetzt müssen wir hier halt warten. Das ist halt ein bisschen, finde ich jetzt ein bisschen doof, aber ja. Müssen wir halt warten, ne? So, können wir hier nochmal. Ich sag, da gewinnt Carol. Bei uns hoffe ich mal, gegen Mai gewinne ich. Und McDonald gegen Sonja, hoffe ich mal, dass Sonja gewinnt. So, ich darf da noch nicht rein. Sonst vergeht die Zeit immer so schnell, ne? Wenn man drauf wartet, vergeht sie gar nicht. Bitte geht's zur Vorbereitung zum Kampfplatz. Ah. Muss man mal ganz kurz. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Oh, das war's wohl schon. Oh, jetzt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich hab gewonnen. Jetzt darf nur Sonja-Kenn-Mispawn. das hat viel zu viel Zeit dazwischen naja McDonalds ist hier, wo ist Sonja? oh Higgins, die Nervensäge Sonja ist jetzt hier nicht da und war doch vorhin gerade da da ist sie doch, dann bin ich blind komm Sonja, go go go, du gewinnst nicht was macht die da? sind das Aufwärmübungen? jetzt geht's los bin ich gespannt hey mach keinen Scheiß Sonja hauen um ich war beim Betten noch nie gut Sonja, mach die Faxen hauen weg hau 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 rin hau rin hau rin und auch dann weich doch mal aus du rin fisch ja zu jawohl jawohl kelly guckt man nach vorder alles klar habe verloren habe ich nur eine wette geworden ist war für mich selber haben die jetzt noch mal naja da vorbei oder so 13.12 uhr haben wir also ich muss um 12 uhr kämpfen wenn ich glück habe um 14.30 noch mal das ende okay dann müssen wir mal gucken brauchen so einen silikon chip so da haben wir noch zwei tage da haben wir keine zeit 8 obst hat oder mal gucken wo wir die kaufen können kann ich die vermatter kaufen die sich nie so aus hier glaube ich auch noch nicht wo kann ich die ich kann jetzt ich kann die wahrscheinlich bei der oma kaufen bei oma sophie dann kann sie ihr dann wieder bringen so haben wir die belohnung glückwunsch du hast auf den richtigen sieger im eliminierungs match getippt hier sind deine preise kampfkünstler abzeichen 4 und gebürztes deck okidoki 20 uhr ich probiere es mal ob ich noch eine papaya finde dum 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 hallo mata hallo petra zon guickenhof guicken guickenhof 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Servus Hm, was ist denn das da? Kläranlage, ja? Okay, whatever that here is. Das braucht nur noch eine so ein Papaya-Dingsbums hier. Komm schon! Hm, ne? Und da war nichts. Ah, man! Ne, hab ich mir verguckt. Oh, geht's hier lang? Ach, hier kann man einfach rausgehen, oder? Hm, guck, guck, hä? Das ist doch doof. Erstmal, als ich hier drin war, war da so viel. Wow! Wow! Ach, da unten ist der Hund wieder. Wow, was war das denn? Okay, jetzt muss ich Druck. Hm, das werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr schaffen. Hoffentlich werde ich vorher umfallen. Einer Stunde schaffe ich das niemals. Hm, was schlafen du ja auch noch? So. Ahem, mach ich das einfach so. Ups! Aber hier scheint das keine Auswirkungen zu haben im Umfeld, oder? Bei Stadio Valley war ja dann nur am nächsten Tag die Dingen halb gefüllt. 2 Stunden bis Kampfkunstturnier. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal, wir haben Mittag um 12 oder so, ne? Was hat denn Emily wieder? Oh, come on, ey, really? Hallo Emily! Wilde Hühner! Da laufen sie wieder, sie sind schon wieder ausgebüxt. Man könnte mein ich trainiere für den Marathon, keuch keuch! Ah, ich helfe dir! Danke für die Hilfe, diese Kleinen hatten jetzt genug Spaß. Zeit, dass sie sich ausruhen! Blup! Hey! So, komm, ja! Immer nur einen nehmen! 1, 2, 3, 8. Oh, schon! WB, Kelly! Tut mir leid, dass ich dich schon wieder damit nerve! Du bist so ein netter Mensch! Oh, danke! Hier hast du ein paar Eier zum Dank! Ich schätze deine Hilfe wirklich, wirklich sehr! Beziehung plus 15! Oh, nice! Weiß eigentlich schon jemand, ob man hier auch mit Bärerin was haben kann oder nur mit einem? Oder einer? So, Tartar! Ich kann das kaufen oder selber machen, aber ich weiß halt nicht wo, ne? ja! Na uh! No, den! So, wir sind erst um 12 Uhr dran. So, ey. So, hau aber mal da, ne? So, so, da rein. Das sind die Eier. Da ist Hapa Hapa. Da und da. Und die Küchen hauen wir da auch mal rein, so lang. So, dann laufe wir mal da rüber. Juhu, Hallöchen Plumsi. Na, wie geht's dir? Oh, Karel haut voll, haut den Dock weg. Wow. Wo muss das sein? Also, genau. Hier gewinne übrigens ich. Super, bin nur kaputt, weil ich beim Osterfeuer war und bei euch. Ja, ich war hier beim Spielen. Und ich muss aufs Klo. Ey, Karel, mach keinen Scheiß. Glaub, sie hat gewonnen. Hä? Hallo, Bilbo. Los. Hey, ich hab nach dir gesucht. Man erzählt sich in der Stadt, dass du ganz schön stark wirst. Ich habe mich gefragt, ob du einen kleinen Ausflug mit mir machen würdest, um etwas Ungewöhnliches zu untersuchen. Klar. Hehe, mir gefällt deine Einstellung. Das ist genau, was wir brauchen. Anzeichen für Ärger. So, ich muss ja gleich in den Ring. So, 12 Uhr war das, oder? 12 Uhr oder 14 Uhr? 12 Uhr. Lass mich hinten da. Gegen wen muss ich denn? Ach, gegen Donald? Donald McWaxus? Au. Komm schon, hauen weg. Jawohl. Komm schon, komm schon. Ich mach dich kaputt. Ich zieh dir so lange am Bad, dass ich ein Brezelbisch. Sieht sich ja lustig aus, oder? No? An de Sedern? Na? Und wenn du das machenIdk. nice one ich hab gewonnen ich hab gewonnen muss ich erst mal wetten aber ich sage ich gewinne das muss für 14 30 müssen wir warten und gibt mir den buchs das ist wichtig bei zwei bot auf und dann samm ok 30 minuten noch gleich gibt es den neuen kung fu master hier 20 minuten pass auf ey carol die patsch mich jetzt gleich so weg ich würde so feiern ja mein match beginnt gleich na also halal 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 so geht das nicht nicht dass ich hier noch meine 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 tütsche verliere oh oh na Komm schon. Oh, wie süß? Oh, ey, die klappt, die, wenn da einer schießt, ey, wow. Ey, die habe ich voll aus dem Ring gekickt. Hey, voll in die Fresse, ja. Ihr habt die voll aus dem Ring bombardiert, ey. Da war nur die Alpha-Band da, die sie gehalten hat. So, komm schon. Die Zeit vergeht immer zu schnell, ne? Jetzt hauen wir sie weg und dann ist sie vorbei. Höhöh. Ah, komm. Ja, genau mit Hochhackigen Kung Fu, oder? Kann man mal machen. Es soll ja, wenn man Bud Spencer und Terence Hill glaubt, tatsächlich Frauen geben, die das können in Hochhackigen feiten, ne? Oder diverse andere Filme. Ach so, halt mal, einen müssen wir ja noch, ne? Ist ja, ist ja, ist ja Finale, da hieß es ja ein Reich. Komm schon. Au, ey. Aber so nicht. Ich bin der Kung Fu auf Master. Und nu? Und nu? Warum hätt' ich als Sieger hier ausgeportet und sie nicht? So, was kann man denn hier so kaufen? Hm, was ist das denn ne Kriegsdrommel? Ja, da interessiert mich jetzt nicht wirklich was. Aber so ist es denn jetzt. Höh? Ja, das ist denn jetzt. Ja, das ist denn jetzt.